Bei einem neuen Let's Play, ich bin der Logi, ihr wundert euch vielleicht, warum ich einen anderen Kanalnamen habe, als, äh, ja, hier steht, ich bin der Logi, ich mach mit einem Freund zusammen, er wird Vorgi heißen, er ist so heut bei mir, er wird am Ende der Sendung mal am Gespräch teilnehmen, und ja, ich würd mal sagen, ihr seht schon, ich spiele Good Game Empire, habe mich mal Logi genannt, ebenso, und drück jetzt einfach mal auf Spielen, ja? So, fangen wir gleich mal an, ich hab das Spiel auch in Einzelaccount, aber es will jetzt auch keiner wissen, glaub ich, ähm, ja, lese ich mal vor, Fürst Wilhelm sagt, Willkommen, endlich seid ihr angekommen, willkommen in meiner Burg, alter Freund, ich brauche eure Hilfe im Kampf gegen die Verbrecher, die diese Gegend terrorisieren, Bevor wir den großen Angriff beginnen können, gibt es noch einiges für uns zu tun, ja, dann wollen wir mal gucken, was es für uns zu tun gibt, neue Aufgaben, hier steht ein Pfeil, da klicken wir mal rauf, Baut ein Gebäude, unsere Truppen brauchen eine Kaserne, öffnet das Baumenü, Das machen wir mal gleich, weil, ja, da ist die Kaserne, die muss hier hin, in das Feld, oder? Ja, stellen wir mal hin, Ich kann auch leider nur 15 Minuten machen, da es mir YouTube nur so lange erlaubt, Soll ich auf Weltkarte gehen? Hier befindet ihr überall Raubritterbogen, die ihr zu besiegen habt, außerdem sind hier Bogen, anderen Spielern zu erreichen, ja. Ähm, es hackt gerade ganz schön bei mir, Ich weiß nicht, ob ihr was seht, aber es hackt ganz schön. Scheibenkleister. Ja, das hackt ganz schön bei mir gerade. Scheiße, ich sehe nichts. Ich sehe wirklich gar nichts. Vielleicht, ob ihr was seht, ich sehe gar nichts. Scheiße. Sorry, Leute, ich sehe nichts. Ich würde sagen, ich mach mal kurz Stopp, ähm, ihr seht mich eh wieder. So, gerade eben gab es ein Problem, hat ja gehackt, ich habe es nochmal von vorne. Angreifen. Jetzt greifen wir die mal an. Okay. 120 Behinder, glaube ich, hießen die. Und ja, ich werde jetzt mal gleich meinen Partner, der auch neben mir sitzt, werde ich mal gleich ranrufen und er wird euch sagen, was er macht und wie er, wie sein Name lauten wird. Hallo, ich bin der Foggy und ich werde später auch Let's Plays machen und zwar von Minecraft. Da hat das gehört, Minecraft, also, kommt ganz drauf an, wollt ihr sie sehen, wollt ihr sie nicht sehen, wollt ihr bei mir gucken, wollt ihr bei ihm gucken. Kommt ganz drauf an, wenn es euch gefällt, abonniert uns, also, da ist ganz eure Sache, ja. Ja, gut, jetzt wollen wir aber nicht weiter quatschen und gehen gleich weiter zum Spiel. Ich hab gesehen, er hat uns hier 80 Truppen mit dazugegeben. Also, scheinen sehr viel zu sein. Ach, du Kacke. So schnell wäre ich auch mal gerne, oder? Wenn ich so eine Truppe hab, erst mal Fluss schon überquert. Äh, boh, 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 es lädt, es lädt, es lädt. Ah, da hat sie zu Ende geladen. Ein glorreicher Sieg, ihr habt gewonnen. Für euren tapferen Einsatz wurdet ihr zum Ritter geschlagen und her über eine eigene Burg anhand, über eine eigene Burg. Na, dann wollen wir mal gucken, welche Burg das ist, wa? oder also bin ich gut guck mal wir haben da erwarten ich würde sagen wir suchen uns mal aus was für ein Wappen wir nehmen oder ich würde sagen das sieht eigentlich ganz cool aus oder einfach nein kommen wir nehmen sowas traditionelle die Farben ich würde sagen wir nehmen so cool ist nein nein damit sieht man nicht braun bin ich so ach ja aber braun und gelb sind aber auch ganz wichtig dass nicht mal rot doch ich nehme mal rot sieht ganz cool aus jetzt jetzt wo ich mal Symbolordnung nein 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 nicht nur mal hier und so aber ihr seht natürlich dass die Farben nicht das erste das erste Symbol ne Tom nein so ein Schwert vielleicht ja komm wir nehmen so ein Schwert und die Farbe wird rot werden oder ne ich glaub das machen schon irgendwie alle sowas ne dann nehmen wir mal gelb dann wird erstmal muss man hier die Farbe ändern zu um das war kurz so grün dass man auch sehr gerne auch ganz wichtig hier nehmen wir hier es wird zwar in ein nene so was nehmen wir nicht ein Baum nein nein hierauf komm dann nehmen wir noch so einen Vogel oder so jetzt drücke ich mal auf spielen und auch neue Nachricht die Geburt eines Imperiums als langjähriger Freund eurer Familie bleibe ich gern noch ein wenig um euch beim Einrichten eurer Burg zu unterstützen die Herrschaft über Burgen und große Armeen birgt viel Verantwortung doch ich bin sicher dass ihr der Sache gewachsen seid drücken wir mal auf weiter klicken wir mal auf die Aufgabe rauf meine Aufgabe baut Holzfäller Stufe 1 baut Steinbruch Stufe 1 werden wir gleich machen Baumen wir sollen auf Zivil drücken erst den Holzfäller den setzen wir hier hin ähm so jetzt müssen wir den Steinbruch bauen den packen wir mal so dicht wie würdig an den Bergfried und ja Quest erfüllt eure Betriebe beginnen jetzt damit unterbrochen was ununterbrochen Rohstoffe zu produzieren hier ist eine kleine Belohnung 86 experience 40 Holz und 15 Stein ja oh wir sind Level 2 wir können jetzt Türme auf Stufe 1 und Kaserne auf Stufe 1 aufbauen und wir werden glaube ich auch versuchen so viel wie möglich von unserer Armee zu haben oder ja schau ich mal auf Baumen ok ach funktioniert doch guck mal wir können unsere Erweiterung kaufen ja komm es ist billig ja ok ok ja ähm jetzt einmal auf die Blasen drücken weil die bringen eigentlich sehr gut was ich würde sagen wir verschieben erstmal den Holzfäller weil es sieht sehr öde aus jetzt neue Nachricht wir brauchen Schutz Herr ich bin euer erster General und militärischer Berater meine Aufgabe ist es für die Sicherheit dieser Burg zu sorgen und dafür brauche ich Soldaten um ihn zu verteidigen weiter ja ich ja ich ok dann bauen wir meine Kaserne die stellen hier hin dauert jetzt 6 Sekunden also ich glaube in echt würde es so ja länger dauern auf jeden Fall ja so öffnet das Militärmenu 4 glaube ich darauf und jetzt sollen wir einen Sperrträger rekruturieren 5 Sekunden ist eigentlich sehr wenig muss ich sagen ähm Level 3 wir können Farmhäuser Wohnhäuser und Verteidigungswerkstatt Stufe 1 und haben gleichzeitig noch 60 Rubine bekommen ihr seht hier sind die Rubine hier sind unsere Münzen sind mittlerweile noch sehr wenig na super dann bauen wir ein Farmhaus würde ich mal sagen hier wenn ich mich recht erinnern kann dann ja und dann dort was können wir ausbauen was dann nehmen wir mal wieder hier yo was ja dazu ja jetzt jeppi wir haben ein Farmhaus gebaut neue Aufgaben und ja was machen so okay baut Wohnhaus Stufe 1 das machen wir auch gleich da vorne steht sagen stellen wir hier eine Ecke hin das sieht eigentlich gut aus wenn ihr so die Bauern Holzfäller und Steinmetter sind und die hier hier die neue Nachricht so Münzen haufenweise Münzen um eine große Armee finanzieren zu können braucht ihr das nötige Kleingeld und dafür gibt es Spezialisten für mich ich kenne gewisse Methoden um euren treuen Untertanen daran zu erinnern auch brav ihre Steuern zu zahlen und ja okay ähm lesen wir ja ich würde sagen Steuern eintreiben klicken wir hier rauf fertig okay in 30 Minuten kehrt er zurück ich sag mal an der Bestände beständen wir dann auch und ja Empire es wird vielleicht in den ersten Tagen nicht ganz täglich rauskommen aber es wird rauskommen fandet ihr es gut? Daumen hoch, fandet ihr schlecht? Daumen runter wenn ihr uns folgen würdet das wars dann auch von mir dann sag ich nur tschüss